Bonjour, bonjour, es gibt jetzt Rustment, lol, oh mein Gott, Rustment gibt's, das war gestern gerade nicht da, Shipment, alter. Ich brauche noch Point Blank mit Jack Raven und noch einen Fury Kill, sind ja scheiß gekommen, Alter. Was? Quick Fear. So. Oh mein Lord, Shipment. Man, Bro. Ja, f*** den, man. Back home. Muggi nicht. Muggi gleichwertig, will ich f***ing... Oh. Oh, jetzt geht's nicht. F***ing Rust, Alter. Für die... Als erste Map ist es ein bisschen scheiße, ja, okay, ja. Warte, 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 ich hab jetzt zwei Takt nicht gespült. Ich hab zwei Takt nicht gespült, das ist jetzt ein bisschen... ... ... ... Oh Jesus Wake up What? Blut in camo A calling card A calling card 200 kills mit Blut Oh Oh, das war ein Ding drin, nice Ja, ich muss vollen Blankkills machen, was auf der Scheiße Ich komme nicht einmal so weit Entschuldigung, aber den kriegst du rein, Bro Oh, ich sehe nichts Ja, das ist hier Wake up, wake up, Bro Ah, Jesus Warte, warte Warte, warte Warte, 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 warte Das ist nicht guter Das ist zu viel Ich bin nicht gegen NAAA Oh, da habe ich einen Double Kill mit der Kanade gemacht Oh, nein, so Bin überhaupt nicht ecklich Oh, da habe ich schon wieder einen Kill mit der Kanade Hä, überhaupt nicht ecklich Einfach die Kanaden in die Mitte an Und die Ecke rutschen und schießen, mit der Zeit. Jesus, Jesus. Oh, da hat einer Scheiße. Oh, ich kann schon wieder her. Nein! Ah, der hockt ja immer noch in der Ecken. Ah. Ich zeig doch. Ah, ich bin Muni leer. What? Oh, Jesus, Bro. Oh, no. Bro, 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 Bro. Na! Man, da ist er. Leuk, 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 leuk. worldi! MAH! 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 Das ist jetzt noch einmal im Eick! Uuuuhhh Uuuuh Uuuuh Das ist in der Container, Baby! Na 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 na! MAH! AAAAAH! Das ist pure Chaos! Okay, das ist jetzt mal wieder Crit, gell? Achso! Hoppala! Okay, da! Oh, sie ist da oben da! Wir müssen die Spray da auf, keinem in den Eicknopf, da! Ja, muss, muss, muss! Sie ist und hoffen, dass es kein Eicknack ist! NAH! Der hat noch einen Dings! Der hat noch einen Chagher! Aber der hat noch einen Chagher! Das ist doch kleine Chagher! Ich glaube schon, ja! Der hat sich nur übergebracht! Oh, shit! Okay, da! AAH! Wuh? Der liegt noch am Pol! Auf dem einen! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich bin Flasht! Der liegt noch immer bei B hier, aber das ist nicht Bore! Der fiesst dich da einfach. Alter, was die... Die Knife-Kills wären richtig geil, so. Einfach rein und knife... Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, Flash incoming. Oh, da rein kriege ich vielleicht auch die Dings. Die Tactical-Kills mit den Strixen am Schluss. Da brauchst du nur die Dinge aufnehmen. Du brauchst nur die komische Aufsatz... Nicht den Aufsatz, so geht das? Nein, 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 nicht den Aufsatz. Also Munition, ja. Was? Diese Drecksgranaten musst du nehmen. Drecksgranaten? Die kleine, die biebsende. Die Drecksgranaten. Die Decoy? Ja. Uuuuh. Okay. Verdammt, das ist... Ja, ich schütze zum zweiten Mal bei mir. Keine Ahnung, was ich durch. Aber... The enemy holds crew objectives. We're taking Bravo. We're taking them out. Yeah. Claymore kills kriege ich doch eh noch nicht, weil wenn ihr einen sails, dann ist das instant weg, weil ich stirfe. We're taking Bravo. Objective Bravo secure. Hoppala. Hoppala. I love running. So. Oh. And. sogar droht uns aber auf der map Jaaa Jaaa Bin ich mit meiner Battle Raffert nicht gut am liebsten Boah Duuuh Einfach schießen, einfach schießen Dein Hund schließt mich auf Durchschießen, mit dem Granate einfach Hahaha Das sehe ich nix, Bro Der kann durch die Schüsse durchlaufen Oh, Alter Ah, Fury kill someone, jawohl Gott, bin ich schlecht Oh my god Mit den Dings Hahaha Uh, Granatwerfer und Messer Oh my god Ahhhhh Was war der F*** da? Sag zu mir Äh, was? Let's go Mit den LMG, Alter Jesus Hahaha Oh my god Da mache ich ein paar Challenges heute Bis die Klappe Oh my god Vor allem wenn du auf Shipment die Decoy wirfst Dann ist ja jeder betroffen, ne? Ja, ey Vor, 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 vor What the Freak Ah, Ship, yo Nooo The mission is complete Und Um To To In Having